Willkommen zurück zu Tomb Raider. Gehen wir gerade hier aus voraus, damit es mal schön sehen, die Innovation, wie sich den Bogen auf den Rücken spannt. Wir sind mit Dr. Widman, dem herzensguten Menschen unterwegs. Ach guck mal, macht es automatisch. Wir haben im letzten Part gesehen, dass ich einiges verpasst habe im Küstengebiet, aber ich hab da jetzt zwei Geo-Kachés oder wie die ausgesprochen werden. Kechis, nee, Kachés. Fehlt 6 von den blöden Totems draufgehört. Ich kann ein bisschen schneller gehen. Ich hab das Guerilla-Outfit angezogen, ne? Wir haben das gesehen, die Stimmung. Haha, unglaublich. Es ist Timiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Jammertais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königrass. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Widman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein. Nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell. Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Wir können ihnen nicht trauen. Zurück. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun sie da? Nein! 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 Bitte! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Du kannst sie an. Du bist nicht. 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 Ich war's. Du bist nicht. Aber ich bin nicht. Toll sie nicht. Ich Ich bin nicht zufrieden. Du bist nicht der Lispel. Ich verstehe den so schlecht. Nein! Ich bin schon dabei! Oh Gott! Die Gruppe hat es echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Huch! Das wäre knapp geworden, ey. Ich wollte gerade großlaufen. Was siehst du? Scheiße! Nichts! Ich bin schon dabei. 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 Zudem ist es auch dabei. Ich bin schon dabei. Es macht mich nicht. Diese mich entweder. Hallo? Oh, ich raff das nicht, weil ich F drücken muss. Ja, ja, wie oft noch? In dem... Okay, jetzt habe ich es verstanden. In die Eier. Alter. Lass mich nicht verletzen. Scheiße. Ich verstehe den echt so schlecht. Jetzt pack ich es, jetzt pack ich es. Oh, jetzt an E, ey. Alter. Das überfordert mich voll. EF. So schnell kannst du gar nicht reagieren. Scheiße. Doch, es tut mir leid. Das machen wir jetzt fünf Minuten lang. Ja. Ja. Oh. Jawoll. So wird's gemacht. Tja, hab ich jetzt zum Außen in die linke Maus hast, hab ich jetzt gerafft. Doch keine fünfzehn Minuten. Tut mir leid, Leute. Ja. 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 Feile. Wie? Wie? Ah, ich hab auch keine Pfeile, so'n Scheiß. Achtung, wie kann ich jetzt? Jetzt muss ich doch mal grade gucken, wie ich die Waffe wechseln kann. Nach oben scrollen, nach unten scrollen. Hab ich grad gemacht. Da ist nix passiert. Das ist ja eh scheißegal. Weil, ich hab mir doch grad den Bogen umgehangen. Hä? In der Sequenz da. Was denn das für ne Sülle? Ja. Toll. Super toll. Hier komm ich hier nicht mehr rein. Da. Gut. Da gehen wir nicht runter. Macht die den Bogen? Die hat den Bogen nicht um. Also hier war sonst nix mehr, ne? Hier komm ich wie gesagt nicht rein. Okay. Jetzt hat die Karte. So vorne muss ich hin. Ich springe. Da liegt noch ein Tagebuch. Ne. Oh, das sah nur so aus. Was soll halt hier denn eigentlich? Ich. Ich. Hier runter springen kann oder was? Ja. Mit dem Hauser ist aber nix mehr anzufangen. Hallo? Du sollst in die Deckung gehen. Du sollst hier hoch. Red? Da ist noch eine. Sie ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Ausweiter, wir wissen, dass du da bist. Du wirst keinen Aussehen. Das ist ein Aussehen. Das ist ein Aussehen. Gut gemacht. Hey, Herrmann. Was? Wie viele Schüsse vertragen die denn, ey? Boah, du Sack. Das ist wahr. Wo war der andere? Hier hinter, oder? Ach, jetzt auch. Boah, das ist die Backe sehen. 27 Schuss, 7 Pfeile. Ach, jetzt auf einmal ist er unten zu. Hier ist nichts mehr. Nee. Ich guck jetzt gerade nach unten. Na, ich muss hier hoch. Ah ja. Okay. 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 Tote. Ich habe noch gar nichts gefunden. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob die irgendwo was gab, jetzt mal ehrlich. Was gibt das hier? Lager, Dokumente, Reliquien. Schatzkarten. Pyramanen. Ich weiß nicht mal was, Pyramanen, wie das hier... Na ja. Komm. Nochmal zehn Kugeln. Nein, nein. Ich höre gar nichts. Was meinst du? Was er legt vor? Such weiter! In den anderen Händen! Da ist noch was. Kopfschuss. Kopfschuss. Hallo? Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Äh. Da. Mal sehen, ob er dabei hat. Geldbörse. Kaput ist hell. Immer dasselbe. Was war's denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Vorschuss. Warte! Oh Scheiße! Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Ja. Ist alles gut. Okay. Ah. Herrlich. Leute. Hier mache ich Pause. Weil. Der Bart ist vorbei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.